Herzlich Willkommen zu einer weiteren Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich wieder alles um die Lippenvergrößerung und die Behandlung hat schon angefangen. Diese geht natürlich relativ schnell vonstatten und wie man auch sehen kann, unsere Patientin tut diese Unterspritzung nicht weh, denn in dem Präparat selber ist eine Betäubung drin und so kann man dann auch ein schönes Ergebnis ohne Schmerzen erwarten. Hier sieht man ein Standbild, wo man ein Nachher-Ergebnis sieht und damit können wir uns zufrieden verabschieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017